Sie haben doch eine Anzeige ins Netz gestellt. Zimmer zur Untermiete. Sie müssen sich geirrt haben. Ihre Bewerbung ist akzeptiert. Hier haben Sie die Hausordnung. Das sind 20 Seiten. Das ist eine Zusammenfassung. Sind Sie zufällig pensionierter Soldat? Sie duschen seit fünf Jahren mit kaltem Wasser? Wenn das Wasser kalt ist, duscht man viel schneller. Was Sie nicht sagen. Was heißt, keine Jungs? Nein, niemanden. Sie sind aber sehr gesellig. Ja, man braucht Regeln, wenn man in einer Gemeinschaft wohnt. Aber wir wären doch nur zwei. Ah, das ist aber schon sehr viel für mich. Ah, Sie sind der Sohn von Henri. Sie können mich Paul nennen. Mein Sohn ist ein Idiot. Nein, nein, nein. Ein Crumble wird warm gemacht. Weil er mit einer Idiotin lebt. Haben Sie Angst, dass er Schnupfen bekommt? Wie bitte? Ich habe irgendwann Enkel, die haben den IQ eines Goldfisches. Ich liebe Humor. Ganz besonders, wenn er witzig ist. Er ist bei ihr geblieben, weil er glaubt, dass er nichts Besseres haben kann. Aber... Ich kann doch kein Paar auseinanderbringen. Sie wohnen drei Monate umsonst. Ich mache es für sechs Monate. Sie sind aber verdammt käuflich. Ich bin vor allem pleite. Paul, was machen Sie denn hier? Ich finde, Männer werden erst ab 40 interessant. Sie mögen Fußball? Na, aber natürlich. Bordeauxs Problem ist, dass wir zu viele Spieler verkauft haben. Genau, die verkaufen jeden und kaufen niemanden ein. Das nervt mich. Du warst in einer Diskothek. Das heißt nicht mehr Diskothek. Jetzt wird Club gesagt. Haben Sie etwa meine Pantoffeln an Ihren Füßen? Warten Sie, bis Sie so alt sind wie ich, um zu tun, was Ihnen gefällt. Man hat nur ein Leben, Kosthaus. Ein afrikanisches Sprichwort sagt, langsam krümmt sich die Banane. Ja. Was wirst du tun, wenn die dich kriegen? Was, wenn die dich zerstören? Wenn du nicht aufhörst zu kämpfen?